Im Werk des US-Autoherstellers Tesla in Brandenburg ist die Produktion nach einem mutmaßlichen Brandanschlag auf die Stromversorgung zum Stillstand gekommen. Unbekannte hatten laut Polizei im Landkreis Oder-Spray einen Hochspannungsmast in Brand gesetzt. Auch in zahlreichen Ortschaften rund um Grünheide östlich von Berlin kam es zu Stromausfällen. Ermittler prüfen nun ein Bekennerschreiben der Vulkangruppe Tesla abschalten. Diese erklärte, sie habe Tesla sabotiert. Die Gruppe fordert eine komplette Zerstörung der Fabrik. In dem Schreiben wirft die Gruppe dem Unternehmen unter anderem extreme Ausbeutungsbedingungen und eine Verseuchung des Grundwassers vor. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke von der SPD verurteilte Anschläge auf wichtige Einrichtungen der Infrastruktur als eine Form von Terrorismus. Nötig sei ein konsequentes Durchgreifen des Rechtsstaates. Umweltaktivisten hatten kürzlich ein Waldstück nahe der Tesla-Fabrik besetzt, aus Protest gegen eine Erweiterung des Werks. Eine Mehrheit der Einwohner von Grünheide hatte sich in einer Bürgerbefragung gegen die Erweiterung ausgesprochen. Das Votum ist für die Gemeinde nicht bindend. Mehrheit der Einwohner von Grünheide hatte sich in einer Bürgerbefragung gegen das Einwohnergohal den Verkehrsschiff programmetern. Das ist für die Gemeinde, die Erweiterung der Stiftung nach der Natur-Fabrikj 분�gen. Das ist für die Gemeinde, die Trin-Fabrikj!